Das ist eine Glut, aber es ist keiner böse und sauer geworden. Ich kann hier einfach hinten rumgehen, ja? Ohne, dass das irgendeinen interessiert. Hier sitzen auch keiner auf der Seite, ne? Oh, da geht's irgendwo rein. Geht's da vorne? Da vorne geht's, glaube ich, auch noch irgendwo. Ich gehe erstmal hier kurz rein. Hier ist ein Fahrstuhl, okay. Ich weiß nicht genau, wo der hin... Ich fahre jetzt einfach mal mit dem Ding nach... Oh, ich dachte, nach unten geht's und wir kriegen vielleicht noch eine Abkürzung. Ja, war wohl nichts. Schade. Keine Ahnung, wo wir jetzt sind, aber... Ist das gerade da hinten angegangen oder was ist genau passiert? Hier ist eine Tür und da geht's noch irgendwo hin. Das sieht aus, als könnte es irgendwann mal eine Abkürzung ergeben. Ich gehe mal gerade hier lang. Okay, es gibt gerade plötzlich tausende Wege. Das ist nicht so geil, aber es ist halt so. Da müssen wir uns erstmal mit... Oh Gott. Klarkommen. Hier sieht's irgendwie widerlich aus. Ah, du Mistkerl. Guter Gefährte voraus, deshalb Visionen von Schatz. Betrug voraus, aber Verbündeter. Aha. Ähm... Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich sehe keins von diesen Spinnengeräten. Ein Duell-Amulett. Oh, prima. Der sieht aber tot aus, nicht wie ein Verbündeter. Was wollen die hier von mir gerade? Hä? Ich sehe hier auch niemanden, der mir irgendwie helfen könnte. Und ich sehe auch nicht, dass es hier irgendwo weitergehen würde. Kann man hier... Ist hier eine Wand? Nö. Scheinbar nicht so. Hä? Was möchten die von mir? Nö, auch da nicht. Hm. Sehr gut. Okay. Vielleicht gibt es hier einen, äh... Hehehe. Was? Visionen von Betrug. Sieht irgendwie widerlich aus hier. Bitte gib mir jetzt nicht direkt einen Boss. Das wäre sehr unschön. Fände ich. Ah! Das ist das, was ich ursprünglich meinte. Mit, äh... Hier ist noch irgendwo eine Abkürzung. Ein Dings, wo ich schon mal stand. Haha. Okay. I see. Das heißt, theoretisch müssen wir jetzt hier nicht mehr komplett immer durch. Wenn wir hier hinwollen. Sondern können auch diesen Weg nehmen. Der ist, glaube ich, ein bisschen länger von außen. Aber das finde ich so schlimm. Ja. Lass mich gerade hinsetzen hier. So. Äh, die Frage ist, hau ich den da jetzt noch auf die Fresse oder gehe ich einfach hier so links lang? Das interessiert die echt nicht, ne? Hier geht es leider nirgends hin. Okay. Schade. Ich muss scheinbar da vorne lang. Ähm. Pass mal, uff. Dann machen wir das jetzt voll... Da sitzt doch noch einer. La, la, la. Äh. Ähm. Die Frage ist, will ich erst den da vorne hauen oder will ich erst den da rechts hauen? Eigentlich will ich erst den da rechts hauen. Also eigentlich will ich die alle überhaupt nicht hauen. Aber ich glaube, die mögen mich nicht. Hallo? Oh shit. Das fand sein Kollege auch nicht toll. Der mit dem... Ah. Der mit dem extrem großen Schwert. Holy crap. Ah. Du kommst da nicht durch, mein Freund. Au. Vorsicht. Vorsicht. Wow. Der ist zu groß. Der hat über mich drüber geschlagen. Was vielleicht ganz gut ist. Weil als... Wow. Diesmal hat er nicht über mich drüber geschlagen. Diesmal hat er mich geschlagen. Okay. Die gingen aber ja noch. Das macht mir irgendwie Sorgen. Das ist... Das sieht hier irgendwie sehr zeremoniell und nicht so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Hallo? Oh shit. Hab ich da gerade irgendwas... Sah aus, als hätte ich irgendwas kaputt gemacht, was ich nicht hätte kaputt machen sollen. Die sind alle böse hier. Ich... Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ich hoffe einfach mal. Ich dachte, das sah erst aus von da hinten irgendwo, als wäre da irgendeine Schrift drauf. Oh, hier geht es noch weiter. Toll, toll, toll. Da ist eine Nebelwand. Oh, prima. Ähm. Das ist jetzt nicht so geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Und Umschlag wird benötigt. Fluch wird benötigt. Zeit für Ring. Aha. Aha. Warte mal. Was denn für ein Ring? Hatte ich hier irgendeinen tollen Ring gefunden? Äh. Nö. Schadensminderung bei geringem TP. Mhm. Bla, 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 bla. Blutungsresistent und Giftresistent... Äh. Und doch, Giftresistenz. Das ist, äh, das, das sieht sehr, 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 sehr bitter aus. Äh. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe sogar ein bisschen mehr Angst. Aber... Ähm. Das sind aber viele Dudes hier. Wow. Au. Auf die Fresse, mein Freund. Das sind aber echt viele Dudes hier. Au. Hier wäre vielleicht tatsächlich sowas wie... Feuerresistenz ganz cool gewesen, ne? Oh, oh. Erflamed. Okay. Okay. Ich glaube, da ist einer, der ist ein bisschen unangenehm. Werden die... Die werden wiederbelebt. Kann das sein? Ich glaube, die werden wiederbelebt. Das ist nicht so geil. Äh. Wie soll ich die denn töten, wenn die alle wiederbelebt werden einfach? Au. Das sind vor allem ganz schön viele. Ja. Ähm. Da sind wahrscheinlich irgendwie so ein, zwei Leute in der Mitte oder so. Was hat das da gerade gemacht? Sag nicht, das wären noch mehr oder so. Nope. Weg hier. Da ist... Warte mal. Der da, der sieht irgendwie wichtig aus. Au. Kann ich immer den töten, der gerade irgendwie leuchtet oder so? Ist das irgendwie der Plan? Kann der dann gerade getötet werden oder so? Ich glaube, das ist der Plan, oder? Der sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Ja. Jetzt haut der leider nach innen ab. Das ist doch schlecht. Ja. Und die anderen werden einfach wiederbelebt oder so, schätze ich mal. Ich schätze, so ungefähr läuft das. Ja, auf jeden Fall haben wir sie so nebenverloren. Okay. I see. I see, I see. So. Das kann aber nicht alles sein. Ich bezweifle schwer, dass das alles ist hier. Das geht bestimmt, wenn man das fertig hat, hier alles irgendwie nochmal weiter. Ich glaube da nicht dran. Das Spiel belügt mich. Das Spiel tut immer böse Dinge mit mir. Oh Gott, da kommt noch einer. Wo kommt der denn jetzt weg? Shit. Au. Bäh. Ja toll, der steht irgendwo ganz in der Mitte. Das ist natürlich schlecht jetzt. Oh oh. Da kommt noch einer von der Seite. Ah. Einer ist fast tot. Okay. Der haut immer so ein bisschen nach hinten ab. Kann das sein? Quatsch. Noch einer weniger. Ich passe mal ein bisschen auf, dass er nach hinten mir nicht irgendwer folgt oder so. Äh. Oh oh. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Was ist da los? Die weichen alle irgendwo hin zu... Rück. Äh. Was tun die da gerade? Oh shit. Wow. Das sieht nach einem Fluch aus, was sie da gerade machen. Sie weichen alle irgendwie zurück von irgendwo. Ist das von mir? Nee. Da vorne ist aber wieder einer. Oh Gott. Sie machen wieder komischen Bullshit. Da sammelt sich was. Da sammelt sich was. Das will ich nicht. Da ist aber ein Typ, der wichtig aussieht. Da. Aua. Wow. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Lasst mich hier weg. Hilfe. Sie machen wieder irgendeinen komischen Müll. Sie ist genau. What the freak geht hier eigentlich ab. Und welchen kann ich gerade hauen? Hilfe. Da sind die irgendwie wichtiger jetzt die da oder so? Das sieht so ein bisschen so aus, als wären die jetzt irgendwie besonders wichtig oder so. Oh shit. Oh crap. Oh crap. Wenn man dann einmal getroffen wurde, ne? Dann macht das auch nicht. Oh Gott, es wird dunkel. Stirb. Hat das irgendwie mehr Schaden? Hat das überhaupt Schaden? Das sieht nicht so aus. Shit. Die channelen irgendeinen Bullshit. Ach du Schande. Ähm. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen. Oh shit. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen hier timed. Bevor das hier alles irgendwie ganz, ganz böse schief geht. Oh Gott. Es sieht nämlich jetzt schon so aus. Es wird. Oh Gott. Es geht los. Es geht echt los gerade. Oh shit. Ich werde gerade hart verflucht. Ich muss hier raus. Ich muss hier ganz schnell raus. Wo sind die anderen? Da ist der nächste. Ich bin verflucht. Das bringt mich instant um. Holy crap. Okay. Das ist. Aua. Oh nice. Okay. Ich weiß jetzt aber, wie es funktioniert. Ab der Hälfte wird es bitter. Ich muss da aber nicht nochmal durch den ganzen Blödfug durch. Sondern ich kann da auch einfach irgendwie von der Seite kommen. Die Frage ist, wie komme ich zu dieser Seite hin? Ging das irgendwo? Ähm. 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 Wie komme ich zu diesem anderen Teil hin? Da muss ich irgendwie über den Friedhof laufen, ne? Warte. Ne. Warte. Warte. Ah. 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 Das ist die gleiche Abkürzung wie hier. Ich verstehe. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe keinen. Ich habe nur einen Gift. Moment. Was hatte ich noch für einen Resistenzdinger? Moment. Da muss ich jetzt mal ganz kurz nachgucken. Hat hier ein Fluchresistenzgerät? Ne, ne? Fluch ausgerechnet nicht. Ich habe Biss und, naja. Blut und Gift. Das hilft mir beides leider nicht so viel. Ist hier sonst noch jemand? Nö. Der Typ ist hier. Wann ist der da noch? Hinter mir ist noch einer. Auf die Fresse, mein Freund. Auf die Fresse. Und dann geht es hier nämlich rein. Das ist der Weg. Das ist der Weg, den ich vorhin freigemacht habe. Haha. Und ich glaube, ich muss die Gegner hier alle gar nicht bekämpfen. Sondern ich kann da tatsächlich dran vorbeigehen, wenn ich das möchte. Okay. Ab einem gewissen Punkt ist das so ein bisschen all out. Da muss ich einfach da rein und den Typen umbraten. Der halt gerade leuchtet. Bevor die irgendwie anfangen, alles dort zu channeln. So, ich versuche einfach mal direkt hier lang zu sprinten. Hallo. Tschüss. Nö. 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 Geh weg. Er ist hinter mir her. 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 Geh weg. Er ist immer noch hinter mir her. Ich mag dich nicht. Lauf. Tschüss. Okay. Wo ist mein Loot? Da hinten ist irgendwo mein Loot. Oder? Nee. Wo ist mein Loot? Mein Loot ist weg. Da ist mein Loot. Den will ich haben. Das ist gar nicht so wenig gewesen. Noch ein bisschen. Der nächste ist wieder da irgendwo in der Mitte. Au. Okay. Der konnte irgendwie ein bisschen mehr. Warum konnte der ein bisschen mehr? Au. Au. Hatt auf damit. Das ist nicht lustig. Das Schöne ist, ich kann teilweise hier tatsächlich ein bisschen heilen. Draufhauen und raus. Ich habe tatsächlich ja eine Menge. Ich habe teilweise ja. Also nein, nicht teilweise. Ich habe ja tatsächlich eine Menge. Wie heißt das? Hier. Jetzt weichen sie hier vor mir zurück. Am. Und hier stehen die nächsten auf. Okay. Und das sind auch irgendwie fiesere, ne? Oh Gott. Sind das fiesere? Ich weiß es nicht. Ah. Ja, sie sind fieser. Oh Gott. Ist es die ganze Zeit der gleiche jetzt? Sieht so aus, als wäre es die ganze Zeit jetzt der gleiche. Ich muss ja trotzdem irgendwie durch und hinkommen. Auf die Fresse. Einfach. All out. Ich habe eine kleine Puppe gefunden. Yay. Da geht es also weiter. Haha. Erstmal wird das Leuchtfeuer entzündet. So. Okay. Der war irgendwie, wenn man weiß, was man tut. Oh lol. Versuchte Leuchtfeuer. Okay. Das, das, das ging ja. Oh lol. Locker. Ich meine, ja, die konnten mich nicht so richtig zurückschlagen. Das war so ein bisschen das Problem, ne? Die haben halt auf mich draufgehauen. Aber das hat mich in meiner großen, schweren Rüstung halt nicht so richtig interessiert. Und dann halt, ja, auf die Fresse. Einfach drauf, 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 drauf. Okay, mit 32. Da oben steht noch der Typ in seiner Rüstung. Da kann ich jetzt erstmal nochmal hier zack zurück. So. Erstens gibt es hier jetzt ein bisschen aufsteigen, hoffentlich. Und zweitens wissen wir jetzt auch direkt schon, wo wir hin müssen. Weil wir haben ja die komische Puppe. Und wir waren ja schon mal da, wo wir die hätten gebraucht. Ja. Mein Begehren ist, dass du mich bitte aufsteigen lässt. Jetzt können wir kurz gucken. Da, wir können direkt zweimal aufsteigen. Perfekt. Und das wird beides in Stärke gebaut. Für mehr... Holy Crap. So. Zack. Dankeschön. Wir haben so viel Leben gerade. Crazy, crazy. Moment, wir haben... Aha. Ja, wir haben ja die Dings von... Wer bist du? Bist du der, der sonst da hinten war? Oh, wir sind noch mehr. Hallo? Ach, die beiden sind das. Anri. Der gute Anri. Okay. Das ist schlecht. Ach, hast du auch eine Puppe? Guck mal. Ja, da bin ich gerade unterwegs hin. Ja, da bin ich ja schon. Da weiß ich ja schon, wo ich hin muss. Ach so. Er sagt das einfach nochmal. Na gut. Und du? Du redest immer noch nicht mit mir. Na gut. Aber ich wollte hier noch mit dem Typen reden. Wo ist er? Da sitzt er. Ähm. Und zwar, pass mal auf. Ich habe nämlich eine neue... Genau. Ich habe eine neue Seele gefunden. Die Frage ist, was kann man damit machen? Äh. Wo steht das nochmal? Was ich... Ah ja. Seele des Kristallweißen, Diakone des Abgrunds, Tiefenseele. Der feuert ein dunkles Seelensediment ab. Okay. Haben wir sonst noch was? Ja. Wir können einen Kerzenhalter des Klerikers bauen. Geil. Rrrr. Was tut der? Wegweisung. Eine Kerze erleuchtet kurzzeitig und bietet zusätzliche Wegweisung. Na meinetwegen. Haben wir sonst noch irgendwas Spannendes? Pharaongroßschwert. Großschwert des Wolfritters. Äh. Heiliges Schwert von Fürst de Wollnir. Das Gute. Äh. Oh. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Wenn ich mir das so angucke. Das ist ein Großschwert. Wieder. Dammit. Das ist auch ein Großschwert. Gibt es hier nur Großschwerter und so? Es gibt hier nur große Sachen, ne? Ein Stoßschwert gibt es hier noch. Ich habe hier das Kristallweißen. Ja. Da braucht man aber mehr so... Da braucht man leider mehr so, äh, hier Geschicklichkeit für und weniger Stärke. Ich bin aber mehr so auf Stärke aus. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein sinnvolles Schwert für mich. Moment. Saß da gerade einer? Nein. Ich wollte gerade sagen. Scheinbar nicht. Ich gehe jetzt tatsächlich nochmal kurz zu dem Magier. Ich will nochmal gucken. Ist der immer noch dort? Das finde ich eigentlich voll traurig, dass mir hier der Magier abgemurkst wurde. Warum? Das ist doch doof. Ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Scheinbar. So ist das. Moment. Ich rede mal kurz mit dem Schmied. Solange der nicht getötet wird, ist alles okay. Kannst du mir vielleicht nochmal Sachen verbessern? Das im Moment nicht. Da brauchen wir einen Holy Crapfield Funkeltitan für. Kannst mir theoretisch das hier verbessern, aber das ist nicht so gut dann. Das ist dann immer noch nicht so gut wie das andere. Okay. Das kann man mit kleinen Titaninscherben auch verbessern. Aha. Doppelhammer. Großschwert des Schafrichters. Wir brauchen gerade Schwerter. Ach so. Ein Bruchschwert. Äh, warte mal. Ich muss ganz kurz gucken. So. Man kann hier den Talisman theoretisch natürlich auch noch verbessern. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Also, dann skaliert er offenbar besser ein bisschen mit Glauben. Aber die Frage ist, bringt das sonst irgendwas? Kostet kleine Titaninscherben. Und natürlich können wir hier immer noch die ganzen komischen Dinger verbessern. Bringt mir aber auch alles nichts. Okay. Dann nicht. Dann ist mir das jetzt auch egal. Ich habe sonst nichts interessantes gefunden. Nö. Die komische Puppe halt. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal dahin, wo die Puppe hinführt. Nicht da. Da war der Wollnir. Hier. Da wollen wir hin. Ich hoffe, der komische Hund ist tot. Weiterhin. Wenn der komische Hund nicht weiterhin tot ist, dann schade. Sehr, sehr, sehr schade. Ham, 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 ham. Bitte, bleib tot. Ich gehe einfach. Genau. Wir machen das jetzt so. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte. Nein, scheinbar nicht. Ha. Ha, ha, ha. Wir haben ihn einmal getötet und er bleibt scheinbar tot. Perfekt. Okay, wir können jetzt da rein. Das sieht so cool aus hier, ne. Das sieht so cool aus. Und ich habe hier dieses Schwert auch, ne. Das kommt von hier. Wenn ich hier noch so ein Rüstungsset von hier zusammenkriege, das würde mir voll gefallen. So. Da ist direkt ein... Achso, ich dachte, ich muss es andrücken oder so. Hier ist direkt ein Leuchtfeuer. Wie sich das gehört. Zack. Okay. Loot. Ein eisblauer Moosklumpen. Ne, gut. Meinetwegen. Die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Das da sieht irgendwie... Oh. Da ist irgendein Finstergeist gekommen und wir haben Seele eines Kampfmüden. Was? So. Okay. Wo ist die alte... Wo ist der alte Finstergeist? Da ist er. Black... Was? Wie heißt die? Black Hand Mira? Was geht bei der? Nein. 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 Sie hat gekontert. Au. Äh. Wenn man einmal da drin ist, ne? Wenn man einmal da drin ist. Dammit. Das kann ich aber auch. Meine Freundin. Äh. Theoretisch zumindest. Theoretisch. Nimm. Nimm es. Sind die noch so ein Ding, ne? Na komm. Dammit. Habe ich die... Hä? Habe ich da gerade keinen Schaden gemacht? Finde ich nicht okay. Finde ich überhaupt nicht okay. Hallo. Hallo. Diesmal habe ich hier aber Schaden gemacht. Alter. Nein. Nein. Das ist wieder passiert. Ich bin einfach zu blöd. Na komm, 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 komm. Schade. Einmal noch, komm. Ne. Ne. Du dreckige, blöde, doofe. Da. Die ist ganz schön schnell, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Oh, oh. Shit. Ich wollte gerade eine harte Attacke machen. Aber dann hat das leider nicht funktioniert. Äh. Die hat genauso viele von den Dingern wie ich, wach? Shit. Weiß leider noch nicht, wie viele ich schon benutzt habe und wie viele die schon benutzt hat. Nope. Komm wieder. Komm her. Oh. Sie macht das Ganze zweihändig. Oh, oh. Dammit. Dammit, dammit, dammit. Nein. Ah. Wenn die clever ist, haut die jetzt ein bisschen ab, um... Däh. Um eine Flas zu saufen. Hat die vielleicht gar nicht mehr, oder? Komm her. Pam. Dreckige, blöde, alte. So. Oh. Huh, sind die nervig. Dreckige, blöde, alte. Oh. 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 Vielen Dank.